und damit hallo und herzlich willkommen bei creativers ich habe angefangen hier diesen spawner etwas zu vergrößern also von der fläche habe ich ihn schon vergrößert kann ich euch da zeigen es ist jetzt in etwa doppelt oder dreifach so groß sogar da auch schon alles abgebaut und jetzt wollte ich eigentlich hier anfangen den boden zu füllen ich habe überlegt ich mache nicht nur dreck am boden sondern zum beispiel block stein und ja natürlich kommt der großteil dreck und danach also wenn wir damit fertig sind dann würde ich gerne noch ein bisschen nach reisen suchen weil eisen haben wir so ziemlich aufgebraucht die korruption runter misst man allerdings auch oder der spawner hier funktioniert dann weil ich ja dann auch bald wieder brauch den corrupted dust ich habe es gesehen ja und dann hoffen wir einfach dass das auch klappt erledigt genau so erledigt genau so gibt man noch ein bisschen holz auch rein abdunkeln weiß das ganze dann auch noch natürlich ja du mir ruhig höre dich aber du bist in der tasche zu tief ein bisschen holz ein bisschen holz ein bisschen holz auch rein sehr gut so ein bisschen holz auch rein zu erkennen so 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 und bis ich da kommt das ja ein bisschen holz wunderbar wenn ihr noch ideen habt was mir fehlt immer her damit ja da habe ich ihnen die wand komplett voll gemacht das könnte natürlich auch noch machen also noch ich muss kurz raus einmal kurz weg da fehlt auch noch einiges hat man noch kurz gleich ist es wieder das sollte reichen ich will ja nicht mehr ewig da herinnen da ist es nicht so Okay, Garnano. So. so hier machen wir dunkel ja auch überall und dann könnte man noch was hin machen ich weiß es war ich so dunkel dass ihr wahrscheinlich gar nichts mehr sitzt. Das können wir ändern. Also, dann nehmen wir hier die Lichter weg und hoffen mal, dass das jetzt besser funktioniert. So, noch was übersehen? Ne, Grafik. Anzeiger für Glasser. Ja, ich bin gleich wieder raus. Eieieiei, stell dich doch nicht so an. So. Ja, ich bin immer noch zu nah, ist mir klar. Weg da. Lol, es funktioniert. Ahem. 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 Es ist nur die Frage, bekommen wir den Angang? da dunkler machen erstmal brauchen wir eine türe die fenster tun wir mal da nach hinten wieder eine türe okay ich brauche eine türe entweder diese oder ob sie die an man muss einfach mal so das tun wird habe ich im inventar obsidian und obsidian slap film und klöpf Ja, ja. So. 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 da rein. Aha, also so wird es nicht dunkel. Interessant. Da rein am mindesten schon zwei rum. So, dieses Eck müssen wir abdunkeln. Oh, man. Jetzt müssten wir es hier noch dunkel machen. Machen wir nun mal die ersten hier fertig. Ja, danke. So, und dann gehen wir kurz raus. Dann schauen wir, ob da noch mal funktioniert, der Spawn. Das wäre ja echt cool. Wenn wir einfach so ein Spawn hätten da. So, als nächstes wollte ich mich dann hiermit beschäftigen. Und zwar damit, dass ich... Ja, machen wir mal so. Also hier kommt logischerweise die Mauer. Ja. Wie viel hoch ist denn das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, die gehen jetzt immer eins, drei, drei, eins, drei, drei. Das heißt hier hin. Aber etwas höher. Hier drauf. Mhm. So, da kann ich drauf. Nein. So. 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 So würde ich das richtig sehen. Geht doch vier. Okay. Weg. Eins, zwei, drei und hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei und hier. Okay. Machen wir es uns einfacher. Äh. Nicht nach oben. Dann kann ich echt drehen. Ja. Tatsache. Dann kann ich drehen. So. Das ist richtig. Ist das? ... inn... ... ... ... okay ich kann das noch eine reihe höher machen da hinten kann ich mal einen super extraktor nehmen da oben auch so tatsache ich hätte natürlich die reihe da oben auch nehmen aber gut jetzt weiß ich es wenigstens oder kohle 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 ist noch dabei echt kohle und da kommt dass das was da drunter hohlraum ist stört mich jetzt gar nicht weil ich mache dann unten praktisch weiter damit brauche ich dort zumindest ein teil von der decke nicht mehr abbauen aber die fehlt jetzt quasi schon wunderbar eisen fertig oh cool da ist noch mehr eisen kann man gleich schauen ob da noch mehr ist aber das scheint es gewesen zu sein schade eisen ist das was mir fehlt also von daher wäre das optimal gewesen mir fehlt wieder der her so oh und und doch und so und Wunderbar. Wir räumen hier gleich so ab. Wunderbar. Oh, cool. Super-Extra-Born. Jump. Alles überall. Obsidian. Gehnt man so ein bisschen an der Maserung. Da habe ich alles und da wird es auch fertig. Sehr gut. So, danach kann man das wieder zumachen. Weil da will ich jetzt keine Hohlräume haben. Gut. Mal angenommen, ich möchte das jetzt wiederholen. Dann kommen wir mal so weit, wie es geht. Und ja, jetzt da mal hierzu, hierzu. Gut, so. Da kommt das Rot rein. Mhm. Ja, klar. Ich wollte... Mhm. Hab doch einmal Mitleid-Creative aus. Also wirklich. So, da ist der Ousler fertig. So. Ich möchte praktisch in dem Eck da drüben weitermachen. Das würde heißen. Der nächste Extraktor gehört... Das war doch drei, oder? Ja. Genau. Und dann geht's los mit... Ich muss hoch. Eins, zwei, drei... Und dann, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, schaut gut aus. So, überprüfen wir's. Hat funktioniert. Oh, das ist ja cool, was man das alles findet. Ich bin mir gerade... Ich bin mir gerade mal da drüben. Ja, gut. Cool. Ich tue gleich mal da rüber. Oh, hier ist der Tür wieder voll. Ist da? Das ist doch noch mehr Obsidian. Genau. So. So. Oh. So. Jetzt ist die Frage, ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele Knochen ich habe, aber ich nehme sie mal sicher. Irgendwas war das, wo man die braucht. Ich glaube, das war Asphalt oder sowas. Es war relativ unwahrscheinlich, dass ich das in nächster Zeit brauche. Wie gesagt, sicher ist sicher. Das würde ich gerne noch ein Stück weitermachen. Ganz einfach vergrößern. Und gleichzeitig dabei Ressourcen abbauen. So, ich bin noch gespannt, ob sich die kommende Woche irgendwann meine Stimme wieder da fängt. Ich dürfte mich wunderbar verkühlt haben. Daher sorry, meine Stimme macht die Woche echt, was sie will. Trinkt doch ziemlich an. Aber es kann noch besser werden. Hoffentlich. Ja. So, ich würde sagen, die nächste Lampe kommt einfach hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich die abzähle. Ich glaube fast ja, aber jetzt... Oh, guck mal, egal. So, was ist denn da oben? Das wollte ich noch schauen. Okay, da geht's in die Höhle. Das heißt, da machen wir gleich folgendes. Hier sind ja noch Türen. Was kennzeichnen wir uns? Was? Ah, hier mit. Äh... Nein. So, hier mit. Eins, zwei, drei... Oh. Was ist halt so... Da. Das ist halt so... Ah. Ah. Oh. Ah. jetzt fertig hier machen wir noch den rahmen und ich würde sagen ich mache da noch ein bisschen weiter ich sage ich aber schon wieder bis zum nächsten mal mal gehen wir da jetzt noch reinschauen aber ich glaube war nicht lang weit genug weg da ist noch nichts wieder entstanden ja und daher würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss ciao und papa